Moinsen! Ich sitze hier gerade schön auf meinem Balkon und genieße diese herrliche Sonne. Endlich kann ich das erste Mal meine Sonnenbrille wieder aufsetzen. Ich hoffe, ihr hört überhaupt was, denn es ist hier oben recht windig, denn wir sind ganz weit oben. Ich zeige euch das mal. Da hinten ist der Dom. Genau, am fünften Stock bin ich hier und ich zeige euch jetzt mal, was ich hier tun werde. Meine Haare sind noch ein bisschen nass, deswegen, keine Ahnung, die fliegen hier ein bisschen wild in der Gegend rum. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich jetzt hier vorhabe. Und zwar sitze ich hier mit Kaffee, einem Buch, Muffin und ganz viel Nagellack, denn ich werde mir jetzt gleich noch die Nägel lackieren und ich weiß noch nicht, welche Farbe es sein wird. Deswegen habe ich hier einfach mal meinen ganzen Kasten hingestellt und der sieht so aus. Ja, das ist das, was ich jetzt heute Nachmittag mache. Ich werde jetzt wirklich einfach mal die Sonne genießen, denn der Himmel ist so geil blau und es ist einfach wunderschön hier oben. Und ich zeige euch jetzt mal ganz kurz zum Abschluss meine Schuhe, die ich mir gestern, ich war gestern mit Mina shoppen, wer es mitbekommen hat. Und ich habe da Turnschuhe gekauft, voll das Schnäppchen, sage ich euch. Ursprünglich mal 100 Euro untergesetzt auf 60 und letztendlich bezahlt habe ich aber nur 48, sind aus dem Puma Outlet Store und total cool. Bevor ich Schluss mache, wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Ich kann meinen Arm nicht hochhalten, denn der ist jetzt lahm und ich sage bis dann. Das war es wirklich nicht so schön wenn ich gekauft habe. consumidor Geschenke nicht um oder so? Ich gibt okay mal는�adien Bis zum nächsten Mal.